Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Herzlich willkommen zum Admiral Spieltagstipp. Ich bin Leon Sandhofer, ich spiele bei Berliner SC. Ich bin Sascha Janko, ich spiele auch beim Berliner SC. Tuzma Kabi gegen BSV Aldersimsburg, 3-3. BFC Preußen gegen SV Tasmania, Berlin, 1-3 für Tasmania. Spandauer Kickers gegen Nordberliner SC, 0-6. Stern gegen Schöneberg, 4-0 für Stern, 1-0. Füchse Berlin gegen Sparta Lichtenberg, 4-4. Kroatien gegen Blau-Weiß wird ein 2-1 für Blau-Weiß. Mahlsdorf-Neukölln, 0-0. Tesvarudo gegen Empor wird ein 2-2. Türkspor, Berliner SC, 0-11. Ok. Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Ausscholutz Ok-3. fark